Schorle 1 2163 Ja, ich wollte es dir nur sagen 2.100 Hunterchen, du kleine Sau Also, Leute, man kann es jetzt nicht sehen, dadurch, dass es hier zu hell ist, aber ich wollte euch nur was erzählen, auf meinem kleinen Laptop hier, ja genau, hier, da, steht 7, jetzt steht, hat das synchronisiert, ne, im Chat steht Schwul von Schorle, weil ich kleine Sau gesagt habe, deswegen Jetzt habe ich schon 7 Zuschauer, hier auf meinem PC stehen 9 Boah, Alter, das wird doch mal wieder ein schönes Fest Auf jeden Fall, das Ganze könnt ihr auch unter diesem YouPorn-Account nehmen, nein, YouTube-Account nehmen Ne, äh, ich schreibe euch das einfach mal hier in den Chat drin, ne, klastern, so W-W-W-W-Punkt Okay, gut Ne, machen wir nicht gut, dann schreiben wir uns aber trotzdem mal hier rein, w-W-Punkt, äh, hm, wo ist es da? Punkt, komm, Und da ist auch schon Da, wenn ihr jetzt nicht vom, vom Handy, Konsole guckt, da könnt ihr einfach mal drauf gehen, Das ist mein YouTube-Account, könnt ihr auch mal ruhig mal ein Abo da lassen, wenn ihr lustig seid, oder mal ein Like, oder so, auch ein Dislike, freue ich mich auch drüber, oder ein Comment, auch wenn es ein beschissenes Comment ist, ist mir scheißegal, ich freue mich auch drüber, und ja, suchen wir halt noch eins, ne, wir haben ja jetzt einfach mal vorgenommen, mehr zu reden, ganz einfach, ne, richtig mehr zu reden, ja, so richtig mehr zu reden, ja, so richtig mehr zu reden, Ja, also noch mehr als sonst, also, ne, ja, bitte, äh, Prince, was sagst du? Mehr labern, also mehr erzählen. Ja, noch mehr erzählen. Ja, äh, es ist ja gar nicht so einfach Ich weiß Und schon, du kannst mir einfach kein Band verpassen Weil ich der Host bin der Sitzung Also, beziehungsweise der Streamer Du bist einfach nur mein Mod Damit ich nicht so hier alleine bin Also, von daher kann ich dir höchstens Mal einen Timeout verpassen Wisst ihr? Oder auch mal so So ein Band, ja Jaja, auf jeden Fall Er guckt mir gerade hier zu Ich habe auch nur noch vier Zuschauer auf dem PC Hier sind es noch sechs Gut Das stimmt allerdings Ne Sagt euch einfach mal, was ihr so hören wollt Für mich Die in der Party natürlich auch Ich bin hier mit drei Leuten in der Party Der eine ist der Mod Dieser Schorle Dann dieser ProHunter ist noch drunter Und Prinz noch Also, das sind alle korrekte Typen Auf jeden Fall Die haben Zwar keinen YouTube-Account Keinen Twitch-Account Aber gut Sind korrekt Natürlich haben sie Also, der ProHunter hat ein Twitch Und ein Du weißt nicht Gut Ich weiß es nicht Ich weißt West Was soll man im Westen sagen? Im Westen Achso Gut Ha, danke Hallo Ihr könnt euch Twitch auch so angucken Das geht auch ohne Account Und Ja, der eine bin ich davon Ehrlich, ey So Genau, so Es wird immer noch gesucht hier Ah, jetzt wurde was gefunden Ehrlich Das nenne ich mal Unterhaltung hier Das ist sagenhaft Auf jeden Fall Geht einfach mal YouTube-Kanal Doch X Pro Ich schreibe euch einfach mal hier In den Chat-Rinn-Liste Ne Achso, dann sagt Stimmt Nein, da sind jetzt aktuell sechs Leute im Stream So Da steht da jetzt Ja ProHunter Es war jetzt nicht so Aber ihr könnt ja einfach mal über mein Profil gehen Und da findet ihr den Typen Ihr könnt auch einfach mal in die Party kommen Ne Wenn es nicht um kleine Kinder sind Also ich hab gestiegen kleine Kinder oder so Aber Ne Oh mein Gott Ich hab den 2136er schon wieder drin 66er Äh 63 63 2163 Boah Ich könnte schon wieder ausrasten hier Boah Leute Und das will ich nachher noch hochladen Herrlich So viel hab ich im Stream noch gar nicht gequatscht Wow Da geht Also Also Verlasse ich jetzt wieder Also da geh ich nicht rein Ne Da hab ich keine Lust zu Da hab ich Angst Ich warte doch Mach du was Aha Ah Gut Gut Ich kann auch mal rein Rein Das war's. Das war dein richtig Mut. Jo. Gelb ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin, klasse. Ja, du bist C-Klasse. Ehrlich. Ja, nimm das, du bist doch sowieso erster. Ja. Richtig. Wenn wir nur noch hier die Bussens. Joachim, fünf, vier, drei, zwei, eins, nö, nein. Jo. Oh, er ist gar nicht drin. Na gut. Schorle, beide machen wir das. Richtig. Einnehmbar. Gut, gut. Hm. So, dann fahren wir hier mal so wunderschöne Rennen gehen. Richtig. Ja, ich weiß. Ja. Richtig. Richtig. Ja. Wir werden jetzt hier verraschen. Ja. 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 Ich habe jetzt kurz hier einen Stream weggemacht, meinen eigenen. So, jetzt geht es hier ab. Jetzt kann ich mich hier voll konzentrieren auf euch. Ich sage euch, jetzt geht das hier ab. Ähm, A. Ist du das von mir? Hm. Ich höre euch schon, ich höre euch. Und auf YouTube. Am besten noch weiter Geld ausgeben. Das ist die Maschine. 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 Vielen Dank.